Wir begrüßen Sie bei Pro und Contra, dem Puls4-News-Talk. Und hier ist Ihre Gastgeberin, Corinna Milborn. Schönen guten Abend. Willkommen bei Pro und Contra nach der Sommerpause. Ein Sommer, in dem die Welt aus den Fugen geriet. Wenige hundert Kilometer von Österreich entfernt tobt ein unerklärter Krieg in der Ukraine. Die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland sind so kalt wie nie seit dem Kalten Krieg. Und in Irak und Syrien richtet die Terrorgruppe Islamischer Staat ein beispielloses Schlachten an. Und das unter Beteiligung von österreichischen Jugendlichen. Wie soll Österreich sich positionieren in dieser sich verändernden Welt? Das diskutieren wir heute mit Außenminister Sebastian Kurz. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Dem ehemaligen tschechischen Außenminister Karel Schwarzenberg. Schönen guten Abend. Der Autorin und Russland-Expertin Susanne Scholl. Und Rami Ali, dem Obmann der ägyptisch-österreichischen Jugend. Herzlich willkommen. Herr Minister Kurz, wir haben ja schon fast damit gerechnet, um kurz zuerst zur Innenpolitik zu kommen, dass hier der neue ÖVP-Obmann sitzt. War die Partei dann nicht so weit, dass Sie Obmann werden? War sie noch nicht offen genug für Sie? Nein, ich glaube, das geht gar nicht nur um die Partei, sondern das ist auch eine sehr persönliche Entscheidung. Ich habe vor acht Monaten eine neue Funktion angenommen, die sehr erfüllend ist, die aber auch sehr intensiv ist. Und die ÖVP-Obmannschaft ist eine extreme Herausforderung. Und ich glaube, dass der neue Parteiobmann auch der richtige ist, dass Reinhold Mitterlehner derjenige ist, der die ÖVP in dieser schwierigen Zeit hoffentlich auch wieder einen und zusammenführen kann. Aber stehen Sie für das nächste Mal bereit? Die Frage stellt sich nicht. Der Reinhold Mitterlehner hat das jetzt übernommen, hat meine volle Unterstützung. Und ich hoffe, dass es ihm auch gelingen wird, dass er länger bleibt und dass er diese Rolle auch so ausfüllt, wie sie ausgefüllt werden muss. Nämlich, dass alle verschiedenen Kräfte und Interessensgruppen in der Partei wieder an einem Strang ziehen. Das ist wichtig, wenn man was erreichen will. Und insofern hat er da meine volle Unterstützung. Neun Finanzminister haben wir auch. Ein Streitpunkt mit dem Alten war die Steuerreform. Dürfen die Österreicher jetzt hoffen, dass die Lohnsteuer verringert wird? Also ich glaube, dass wir ein Spitzensteuerland sind, ist bekannt. Und dass es sinnvoll wäre, dass es hier Bewegung gibt, das ist auch allen Beteiligten klar. Es muss natürlich finanzierbar sein. Und das ist die große Herausforderung. Die Europäische Union leidet ganz allgemein darunter, dass fast alle Staaten mehr ausgeben, als sie zur Verfügung haben. Das klingt nach einem vorsichtigen Nein. Nein, sowas nicht gemeint. Sondern ich glaube, es ist notwendig, in den Bereichen, wo Spielraum ist, so sparsam zu sein, dass eine Steuerentlastung möglich ist. Das ist eine große Herausforderung, nicht nur für den Finanzminister, sondern für die gesamte Regierung, für die Länder und alle anderen, die da mitzureden haben. Also Sparpaket, dann Steuerreform, verkürze ich jetzt. Aber kommen wir zur Außenpolitik. Wir haben in diesem Sommer erlebt, dass die Terror-Miliz islamischer Staat ein beispielloses Schlachten angerichtet hat im Irak und in Syrien, dort den Kalifat errichtet hat. Und dass immer mehr österreichische Jugendliche, europäische Jugendliche sich da angezogen fühlen davon. Unter anderem gibt es Firaz Haar, das ist ein junger Österreicher aus Wien, in Wien aufgewachsen, tunisische Eltern, der jetzt in Raqqa kämpft. Und zum Beispiel über Facebook Sachen, wie dieser hier sagt. Schauen wir uns das mal an, was das für ein Typ ist. Wie schön ist das Gefühl beim Einschlafen, wenn du weißt, dass unter dir im Keller 45 gefangene Soldaten des Assad-Regimes sind, die nur darauf warten, dass ihnen ein Messer an den Hals gedrückt wird. Nach dem Verhör wird Inschallah geschlachtet. Soweit also Firaz Haar, ein junger Wiener, der derzeit in Raqqa ist. Wir haben ihn für die Puls 4 News heute exklusiv in einem Interview bekommen. Und ihn gefragt, wie das eigentlich soweit gekommen ist. Schauen wir uns das kurz mal an. Wir wollen wissen, wo und wie er sich so radikalisieren konnte. Er schreibt. Sämtliche Antworten hat der Direktor des Islamischen Zentrums in Floridsdorf. Sie rüsten ja die ISIS aus. Eine Radikalisierungsstätte mitten in Wien also. Klar ist, eine radikale Szene in Österreich existiert. Firaz ist wohl ein aussagekräftiges Beispiel dafür. Herr Außenminister, also direkte Verbindungen nach Österreichern von einem der großen Brennpunkte der Weltpolitik derzeit. Und dieser junge Terrorist aus Wien, der beschuldigt die große Moschee in Wien, das islamische Zentrum, dass er dort radikalisiert wurde. Was ist denn da bitte schiefgelaufen bei der Integration? Also wenn es diese Vorwürfe gibt, dann muss denen sofort nachgegangen werden. Wenn wir uns das ganze Thema anschauen, dann merken wir, dass wir im Irak, aber auch im Syrien IS-Terroristen haben. Zehntausende, die da religiöse Minderheiten vor allem verfolgen, die Jesiden, Christen und andere auslöschen wollen und die brutale Massaker verüben. Und das Schlimmste daran, wenn es überhaupt eine Steigerung gibt, ist, dass das nicht nur Personen sind, die vor Ort kämpfen, sondern dass wir mittlerweile Zehntausende wahrscheinlich haben, die sich aus Europa und anderen Teilen der Welt angeschlossen haben. Auch aus Österreich? Auch aus Österreich. Die Polizei rechnet damit, dass wir rund 130 Personen haben, die derzeit im Kampfeinsatz sind. Das ist dramatisch vor Ort und brandgefährlich, wie man sieht, für Geiseln und für verfolgte Minderheiten. Es ist aber vor allem auch ein extremes Sicherheitsrisiko für uns in Europa. Denn man muss sich vorstellen, wenn diese Personen vor Ort Gewaltverbrechen verüben und dann versuchen, in die Europäische Union zurückzukommen, dann sind die natürlich ein extremes Sicherheitsrisiko. Und insofern ist es hier, glaube ich, gar nicht mehr möglich, zu versuchen, diese Personen zu integrieren, ihnen gut zuzureden oder sonst irgendetwas, sondern das ist wirklich eine Aufgabe für die Polizei. Und hier merken wir auch in Europa, dass wir bei einigen Gesetzen nachschärfen müssen, damit die Polizei auch gegen solche Verbrecher und Mörder wesentlich stärker vorgehen kann, als das in der Vergangenheit möglich war. Jetzt haben wir natürlich den Direktor des Islamischen Zentrums konfrontiert mit diesen Vorwürfen. Er sagt, Sie wissen, dass es da radikale Tendenzen gibt. Sie haben auch schon manchmal gemeldet, arbeiten mit dem Verfassungsschutz zusammen, aber auch die Polizei kann nichts tun. Und außerdem wissen wir, dass es tausende Sympathisanten gibt. Da muss es ja mehr Konzept geben, als zu sagen, das überlassen wir jetzt der Polizei, weil gegen die kann man ja polizeilich nicht vorgehen. Das ist ja ein Integrationsproblem. Es geht überhaupt nicht ums Überlassen, sondern es geht hier um einen Schulterschluss, vor allem des Justizministeriums, des Innenministeriums und uns natürlich, da wir für die Integration zuständig sind. Ich sage nur, wenn jemand schon einmal radikalisiert ist und diese Personen gibt es in Europa, dann hilft gut Zureden nichts mehr. Dann ist das ein Sicherheitsrisiko und dann braucht es auch ein polizeiliches Vorgehen dagegen. Und das Problem, das die Polizei derzeit hat, ist, dass unsere Gesetze teilweise zu weich sind, der Polizei gar nicht Möglichkeiten geben, gegen solche Personen vorzugehen, auch wenn es Verdachtmomente gibt. Und hier muss nachgeschärft werden. Und was mittlerweile zum Beispiel auch getan wird, ist, dass wir einige Änderungen vollzogen haben, was die Aberkennung der Staatsbürgerschaft zum Beispiel betrifft, was auch die Aberkennung eines Asyltitels betrifft. Denn entscheidend ist schon, wenn jemand mal radikalisiert ist und in Syrien und im Irak kämpft, dann muss sichergestellt sein, dass er nicht zurück nach Österreich... Also ich habe folgendes Problem damit. Also ich bin nicht der Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen. Folgendes Problem, und zwar, erstens steckt dahinter die Annahme, wenn wir sagen, wir haben Angst davor, dass, wenn Sie zurück zu uns wieder kommen, steckt dahinter eben die Annahme, dass es uns relativ egal ist, was Sie woanders machen, nur bei uns dürfen Sie. Das machen Sie nur für Europa, stellen Sie ein Sicherheitsrisiko dar. Das ist jetzt so rübergekommen, ich habe das so aufgefasst und bei mehreren Diskussionen auch bekommen Sie immer den Eindruck, Wenn ich unterbreche, es kann nicht sein, nur einen Satz, es kann nicht sein, dass jemand einen Asyltitel in Österreich bekommt, dass er auf der Flucht ist und sagt, Österreich muss ihm Schutz und Hilfe leisten und dann kehrt er in ein Krisengebiet zurück, um dort zu kämpfen. Das muss doch ein Grund sein, dass der Asyltitel aberkannt wird. Das kann vielleicht ein Grund sein, aber es sind sicherlich nicht alle, die dort sind mit Asyltitel hier in Österreich. Viele. Sie werden das bestimmt wissen. Es sind allerdings viele auch tatsächlich mehr aufgewachsen, die dort sind. Das würde mich interessieren, Sie haben ja viel Kontakt zu jungen, zu arabischen, jungenlimischen Jugendlichen. Also wie passiert das, dass jemand in Österreich aufwächst und dann derart radikalisiert wird, dass er ins Auto steigt und in einen Krieg zieht? Gut, ich muss nur noch kurz wieder nach vorne zurück sozusagen, weil Sie eben gesagt haben, wir sollten Sie der Polizei überlassen, Sie sollen als Verbrecher eben behandelt werden, weil es anders nicht geht, weil wir keine andere Alternative haben. Auch da bin ich dagegen. Also wir sehen in Deutschland ein ganz großes Projekt, Familie gegen Dschihadismus zum Beispiel. Sehr gutes Projekt, wo man eben versucht, die Beziehung der Familie, die Beziehung des Bekanntenkreises, der Freunde zu der radikalisierten Person zu stärken, weil das eben Menschen sind, die an einem bestimmten Punkt angelangt sind. Und somit komme ich auch zu Ihrer zweiten Frage. Die sind an einem bestimmten Punkt in ihrem Leben angelangt, wo es geht für sie mehr oder weniger nicht mehr weiter. Und da bietet sich die Ideologie des islamischen Staates, und ich sage bewusst nicht Islam, weil es mit Islam nichts zu tun hat, sondern die Ideologie des islamischen Staates, als eben kompaktes Paket mit ganz klaren Richtlinien, mit ganz klaren Gesetzen, die man zu verfolgen hat. Heißt jetzt aber für mich nicht, dass diese Leute nicht deradikalisierbar sind. Ganz im Gegenteil. Das heißt, man kann die schon wieder reinholen, wenn man sich bemüht? Glaube ich schon. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, den Firas kenne ich von Diskussionen her. Also ich habe öfter mit jedem diskutiert. War das oft zu sehen, dass er in den Krieg zieht? Ganz, ganz früh schon. Also die Argumentationslinie dieser Leute ist eigentlich immer dieselbe. Man wird auch pauschal, wenn man als Muslim mit diesen Menschen diskutiert, als Ungläubiger bezeichnet. Das heißt, man wird sozusagen, dem einen wird die Legitimation eben entzogen, für den Islam zu sprechen. Und somit wird man eben in der Diskussion komplett disqualifiziert. Ich möchte noch kurz eine Antwort darauf, weil Sie haben nämlich vor allem jetzt geantwortet, mit Polizei. Also das ist etwas, da muss die Polizei was tun, weil die sind ja schon radikalisiert. Weil man unterscheiden muss. In solchem Stadium, also es gibt ja Tausende, die sympathisieren, was wirklich unheimlich ist. Was gibt es da? Da kannst du nur eine politische Antwort geben. Aber man muss unterscheiden. Sie haben mich gefragt nach Personen, die jetzt im Kriegseinsatz sind. Dann frage ich Sie jetzt nach denen, die sympathisieren. Da kann ich Ihnen nur ganz klar sagen, das ist strafrechtlich relevant. Auch wenn man im Ausland im Kriegseinsatz ist, ist das in Österreich ein Verbrechen. Und da kann weder weg noch zugesehen werden. Und da hat natürlich die Polizei zu handeln. Und alles andere wäre fahrlässig. Und dann gibt es eine größere Gruppe, die damit sympathisiert. Da ist dieses Projekt ein ganz richtiges. Da hat auch die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich eine starke Verantwortung. Die hat auch die Verantwortung, auch zu erklären und zu lehren, was ist der Islam und was ist es ganz gewiss nicht. Und dann, und da muss man auch vorsichtig sein, gibt es eine ganz, ganz große Gruppe, die damit ja überhaupt nichts am Hut hat. Und wir dürfen auch nicht den Fehler machen, jetzt jeden Moslem in Österreich schief anzuschauen. Wir haben 500.000 Muslime in Österreich. Wir haben wahrscheinlich einige Tausend, die damit sympathisieren. Und wir haben rund 130, die im Kampfeinsatz sind. Und zwischen diesen Gruppen muss ganz klar unterschieden werden. Bei der großen Gruppe geht es um Prävention, geht es um Religionsdialog, geht es um Verständnis für andere Religionen. Geht es auch darum, dass wir diese Menschen in Österreich ordentlich behandeln. Dass sie sich hier heimisch fühlen, dass sie gar keinen Anlass haben. Und dann gibt es andere Gruppen, wo natürlich nur noch eine polizeiliche Aktion hilft. Frau Scholl, kurz noch dazu. Nein, ich bin ganz Ihrer Meinung, dass man in erster Linie einmal aufhören muss, damit ständig sozusagen Muslime gleichzusetzen mit islamischer Staat und Terroristen. Und jeder, der ein bisschen so ausschaut, als könnte er in die Richtung gehen, ist schon einmal verdächtig. Und das haben wir wirklich verabsäumt. In diesem Land und in ganz Europa. Wir haben in den letzten Jahren eine Art Muslimephobie aufgebaut, die ihresgleichen sucht. Und dann sind wir nämlich dort, wo wir eigentlich hin müssen, warum diese jungen Leute so leicht zu radikalisieren sind. Weil sie im Alltag erleben, dass man sich ständig daran erinnert, dass sie hier eigentlich nichts verloren haben. Und das ist genau der Punkt und darüber müssen wir diskutieren. Und ich will Ihnen noch was sagen, 500.000 Muslime in Österreich und 130 sind im Irak. Das gilt für den Rest Europas auch. Das ist eigentlich eine sehr kleine Zahl. Und so wie die Situation in Europa insgesamt momentan ist, im Verhältnis zu Menschen, die nicht sozusagen in den Mainstream passen, ist das noch eine relativ kleine Gruppe. Jetzt will ich nichts, ich will überhaupt nichts da beschönigen. Das sind Verbrecher, ich gebe Ihnen auch recht, dass die vor Gericht gestellt gehören. Weil Menschen, die morden, gehören vor Gericht. Also Mörder sind Mörder. Aber das ändert nichts daran, dass wir uns überlegen müssen, wie wir überhaupt mit einer ganz großen Gruppe von Menschen umgehen. Vor allem müssen wir aufhören, die so pauschal zu kriminalisieren, was wir jetzt aber tun. Danke, Frau Scholl. Was sich Europa aber auch überlegen muss, ist nicht nur, wie man mit den Muslimen hier umgeht, besser, damit sowas nicht passiert. Aber vor allem auch, was macht man jetzt dort? Da sind Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Menschenleben direkt in Gefahr. Und die Einzigen, die jetzt intervenieren, Herr Schwarzenberg, sind die USA mit Luftschlägen. Sollte Europa das auch tun? Also wie gesagt, ich glaube, an und für sich reicht die US-Luftwaffe ausreichend. Wir haben auch als Einzige dort Flugzeugträger im Golf und in der Gegend, die einsatzfähig sind. Die Einzigen, die es vielleicht noch fähig werden, werden die Engländer, sagen wir ganz ehrlich, das ist eine Sache. Andere Sache ist, dass wir den Kurden oder auch den irakischen Staatszeitkräften helfen können. Sie haben weder ausreichend genügend Flugzeuge, noch ausreichend moderne Bewaffnung. Da kann ganz Europa wirklich helfen. Und das sollten wir auch so schnell wie möglich tun. Nicht sozusagen das rausnehmen, die alten Lateiner haben gesagt, bis dat quicitolat. Zweimal gibt er es schnell gibt. Jede Verzögerung für schlechte Situation. Das heißt, wir müssen die Kurden und die irakischen Streitkräfte stärken. Wir müssen ihnen eventuell Fachleute zur Verfügung stellen. Aber wir dürfen nicht vergessen, die irakische Armee wurde zerschlagen seinerzeit. Die Offiziere entlassen. Ein Teil der Offiziere ist eben jetzt in die Dienste der Islamisten gegangen. Andere sind in den Zivilberuf. Es gibt zu wenig Leute. Also da müssen wir in der Infrastruktur helfen. Da kann Europa relativ sehr viel tun. Ist das eine Möglichkeit für Österreich, Herr Außenminister, Waffen zu liefern, an die Kurden oder Know-how zu liefern? Also Österreich darf auch nicht naiv sein. Wir haben andere Möglichkeiten als die Amerikaner und als die Briten zum Beispiel. Aber wir müssen natürlich auch zu dieser Frage eine Meinung haben. Und was die Luftschläge betrifft, bin ich ganz klar der Meinung, dass sie in diesem Fall richtig sind. Ich habe das selbst nicht gedacht, dass ich Luftschläge der Amerikaner mal positiv sehen werde. Aber wenn man sich die Situation anschaut, dass zum Beispiel tausende Jesiden auf einem Berg eingekesselt waren, die IS-Terroristen vorgerückt sind, um sie dort abzuschlachten. Also da macht es schon Sinn, dass die Amerikaner interveniert haben. Was Waffenlieferungen betrifft, ist das natürlich immer ein Dilemma. Einerseits brauchen die Kurden, brauchen diejenigen, die dort den IS-Terroristen die Stirn bieten, moderne Ausrüstung. Andererseits muss man bei Waffen immer vorsichtig sein, denn die können Jahre später in die falschen Hände fallen. Die Waffen, die jetzt von den IS-Terroristen verwendet werden, die sind auch einmal geliefert worden. Insofern, glaube ich, würde ich die Frage, braucht es Waffenlieferungen wahrscheinlich mit einem vorsichtigen Ja beantworten. Es muss hier sehr überlegt vorgegangen werden, aber ohne wird es schwierig sein. Auch aus Österreich? Und aus Österreich gibt es dazu ein klares Nein. Einerseits aufgrund unserer Haltung und andererseits aber auch aufgrund unserer Möglichkeiten. Wir sind kein großer Waffenexporteur. Wir haben Möglichkeiten im humanitären Bereich und da sind wir auch aktiv geworden, sehr rasch, als eines der ersten Länder mit einer Million Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds für verfolgte Minderheiten im Irak. Und jetzt auch mit medizinischer Versorgung, die wir letzte Woche in den Irak geliefert haben. Herr Schwarzenberg, aus Ihrer Erfahrung als Außenminister heraus, habe ich da noch eine Frage für Sie. Der islamische Staat, also diese Terrorgruppe, wünscht sich nichts sehnlicher, als dass die USA in den Krieg gegen sie eintreten, weil das macht sie größer. Das ist etwas, das Sie provozieren wollen. Dass die USA in den Krieg gegen sie ziehen. Also die Luftschläge der USA sind großartig für die, weil das macht sie selbst größer. Das entspricht genau dem, was sie wollen. Andererseits muss man natürlich eingreifen, weil man kann sie ja nicht einfach wüten lassen. Das ist ja eine Situation, wo man nur verlieren kann. Nein, Sie müssen ja die Propaganda etwas unterscheiden. Um die Wahrheit zu sagen, wenn ich ein Krieger dieser Terrorgruppe wäre und bedroht wäre von amerikanischen Luftschlägen, würde ich diese nicht begrüßen. Wer Amazon etwas mitgemacht hat... Na ja, Sie sagen aber, dass Sie es begrüßen, weil Sie ja ohnehin in den Himmel kommen. Wir müssen unterscheiden zwischen Propaganda und der Tatsache. Heute erlegt man, ob es in der Ukraine ist oder ob es dort unten ist, immer nur Propaganda. Real ist, dass wenn man solide bombardiert wird, dann ist das eine sehr unangenehme Situation. Und zweifellos, dass das Zurückweichen dieser Streitkräfte, die Sie haben, in letzter Zeit, ist auch zurückzuführen auf das intensive Bombardement. Das heißt, Sie denken, das ist sinnvoll und nicht. Teilweise hilft es Ihnen in der Public Relation. Aber in Wirklichkeit, nachdem Sie keine eigene Luftwaffe haben, auch keine sehr starken Flakgeschütze und so weiter, sind Sie davon schwer betroffen. Bitte glauben Sie nicht jede Propaganda-Gerede. Wir haben ja in der ersten Reihe eine junge Frau, die aus Irakisch-Kurd ist, dann kommt Sommar Ahmad. Ihre Familie ist in Irak. Sie haben den Außenminister jetzt hier. Was wünschen Sie sich denn, was Österreich dort tut? Was ich mir wünsche, also der Herr Außenminister hat schon die Hilfe erwähnt, die alles andere als rasch gekommen ist, weil der islamische Staat oder damals noch ISIS wütet dort schon seit Anfang Juni. Und ich muss ehrlich sagen, auch meine Familie, mit denen ich ja jeden Tag in Kontakt bin, fühlt sich halt ein bisschen verlassen, dass die Welt zuschaut, während dort alles untergeht, de facto. Ich meine, es ist einfach eine ständige, tägliche Gefahr. Kommen Sie, schaffen Sie es heute in unsere Straße. Und ich würde mir wünschen, dass Österreich als Player auftritt in der Europäischen Union und mit anderen europäischen Staaten, die ja völlig versagt haben und ein bisschen dafür lobbyiert, für eine militärische Unterstützung. Weil es ist das Einzige, was ich sehe, wie man dieses ISIS verhindern kann oder wie ich das gern hätte, komplett zerstören kann. Was sagen Sie, Herr Außenminister? Also Kritik an der Europäischen Union ist immer en vogue und auch breit geäußert, egal in welcher Krise. Ich weiß nicht, welcher Staat in Europa ihrer Meinung nach versagt hat. Ich kann nur sagen, dass die Europäische Union in diesem Konflikt, aber auch in anderen, im humanitären Bereich so viel hilft, wie keine andere Region dieser Welt. Und Österreich war eines der ersten Länder, das aktiv geworden ist. Dass das Leid dort so groß ist, dass jede Hilfe notwendig ist und dass mehr immer besser wäre, das ist vollkommen richtig. Aber ich glaube, auch was Waffenlieferungen betrifft, es gibt in der Europäischen Union den Beschluss, dass das den Nationalstaaten überlassen bleibt, dass das auch von der Europäischen Union nicht abgelehnt wird. Das halte ich für richtig. Wir haben uns auch in Europa dafür eingesetzt, dass es diese Möglichkeit zu Waffenlieferungen gibt. Aber vorsichtig muss man schon sein, denn die Waffen der IS-Terroristen, die sind auch vor einigen Jahren geliefert worden. Insofern, glaube ich, braucht es hier durchaus sehr viel Besonnenheit im Vorgehen. Naja, das will ich auch nicht abstreiten, aber ich meine, drei Monate sinnen, ist ein bisschen sehr lang unter den Umständen. Also ein bisschen schnellere Reaktion wäre wirklich, wirklich dringend notwendig. Das ist das eine. Und das andere, ich möchte auch zu Bedenken geben, ohne Illusionen zu zerstören, das Einzige, wofür Österreich im Irak bekannt ist, sind die Waffen. Weil sämtliche in den 80er und 90er Jahren, die Waffen, mit denen dort Leute umgebracht wurden, stammen zum Großteil aus Österreich. Also irgendwie diese Verlogenheit in diesem, die Verlogenheit in dem Diskurs von Waffenlieferungen, finde ich wirklich ein bisschen heuchlerisch. Gerade dort im Nordirak stimmt es. Aber kommen wir vielleicht vom, das ist ja nicht die einzige Krisenregion, die damit jetzt verbunden ist. Wir haben den Vormarsch islamistischer Organisationen in Mali, in Nigeria, in Somalia. Wir haben Probleme in Pakistan, in Afghanistan. Man hat das Gefühl, dass es an vielen, vielen Punkten brennt und dass es keine richtige Antwort des Westens darauf gibt. Gibt es da überhaupt eine konzertierte Strategie, wie man umgeht mit diesen vielen Brandherden? Die Frau Scholl schüttelt den Kopf. Also erstens mal denke ich, dass es eben keine Strategie gibt. Zweitens einmal muss man dazu sagen, jetzt abgesehen davon, dass wir im Irak zuschauen. Wir haben, Europa hat, schaut jetzt seit Jahren zu dem, was in Syrien passiert, ohne wirklich etwas zu tun. Wir in Österreich haben gesagt, wir nehmen syrische Flüchtlinge auf. Wir haben einen Bruchteil aufgenommen und wir haben uns außerdem ausgesucht, welche Flüchtlinge wir... Was heißt einen Bruchteil mehr als fast alle anderen europäischen Länder? Das glaube ich nicht, weil soweit ich weiß, haben wir gesagt, wir nehmen 500 syrische Flüchtlinge, jetzt 1000. Aber das ist nicht mehr als, und zwar Christen in erster Linie. Das ist nicht richtig. Entschuldigung, wir müssen schon bei den Tatsachen bleiben. Brauchen wir mal da die Antwort auf. Wie ist es denn richtig? Schauen Sie das vor, bitte. Ich möchte nur schon... Ich glaube, man kann immer Vorwürfe machen, das ist legitim, aber man muss schon auch bei den Fakten bleiben. Erstens einmal ist Österreich der Größe nach eins der Länder, das mit Abstand Vorreiter in der Europäischen Union ist. Wir nehmen unserer Größe entsprechend wesentlich mehr Flüchtlinge auf als andere europäische Länder. Und zum Zweiten, was die Minderheiten betrifft, ja, es ist damals gesagt worden, vor allem auch Christen, weil es auch durch die Kirchen da Möglichkeiten gibt, die in Österreich sehr leicht und sehr schnell unterzubringen. Es sind aber auch zahlreiche andere verfolgte Minderheiten aufgenommen worden. Und es stimmt, es sind noch nicht alle dieser Personen hier. Das ist aber keine Schuld Österreichs, sondern wir wickeln das mit internationalen Organisationen ab. Und sobald uns Flüchtlinge geliefert werden... Aber Sie müssen mir zugestimmt, wenn man sagt, wir wollen in erster Linie Christen und Frauen und Kinder aufnehmen, dann tun sich die internationalen Organisationen unter Umständen in einer Situation wie in Syrien oder im Irak auch sehr schwer, Wir diskutieren das gleich weiter, Frau Scholl, und hören auch gleich die Antwort darauf. Es gibt auch viele Behinderungen und andere, die besonders schutzbedürftig sind. Und jedes Land, das sich verpflichtet hat, ein gewisses Kontingent aufzunehmen, arbeitet mit internationalen Organisationen und kann die Personen erst aufnehmen, wenn sie von den internationalen Organisationen ausgewählt wurden und hierher gebracht worden sind. Danke, Herr Außenminister. Wir gehen in eine kurze Pause und sprechen gleich weiter über den nächsten Brandherd, nämlich in der Ukraine. Wir fragen Außenminister Karel Schwarzenberg, fühlt er sich da an den kalten Krieg erinnend? Wir sind gleich zurück. Bleiben Sie dran. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder da. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Krieg in der Ukraine, Krieg in Syrien und im Irak unter Beteiligung junger österreichischer Kämpfer. Man hat in diesem Sommer das Gefühl, die Welt bricht auseinander. Welche Visionen gibt es da für die österreichische Stellung in der Welt? Das diskutieren wir mit Außenminister Sebastian Kurz und Rami Ali. Ob man der ägyptisch-österreichischen Jugend hat, hat er eine Kritik anzubringen, glaube ich, haben Sie gesagt. Ja, folgendes. Und zwar, ich möchte gerne an das anknüpfen, was meine Vorrednerin vor der Pause gesagt hat. Ich glaube, dass wir eine EU-weite Strategie haben, aber dass sich diese EU-weite Strategie lediglich auf EU-Länder beschränkt. Und ich habe sehr, und viele Freunde von mir ebenso, das Gefühl, dass die EU nur sehr selektiv agiert und sehr selektiv interveniert. Und zwar immer nach der Leitmaxime, also Kosten-Nutzen-Faktor. Was bringt uns am meisten, wo wir intervenieren können? Wenn wir uns anschauen, es wird meistens nur dort interveniert, wo man sich eben Interessen wahren kann oder wo man macht oder Interessen wahren kann. Warum wurde in Syrien nicht interveniert? Herr Schwarzenberg deutet, na eh klar. Ich möchte nur ganz kurz noch ergänzen, wenn Sie mir erlauben könnten. Und zwar ist das Problem nämlich, dass wir bei der EU, wenn wir uns jetzt anschauen, ein Paradebeispiel dafür, was ich eben sagen möchte mit Machtinteressen. Wir haben in Ägypten vor einem Jahr das Rabar-Massaker gehabt, wo im August tausende Menschen am Platz abgeschlachtet worden sind. Und diesen Präsidenten, diese Regierung, die das gemacht hat, hat man dann unterstützt, indem man EU-Wahlbeobachter zu einer Präsidentschaftswahl hingeschickt hat. Das ist ein klarer Legitimationsversuch, weil für mich ist die ägyptische Regierung nicht legitimiert. Aber es ist ein Legitimationsversuch von der EU, weil man sich eben versucht, die Interessen dort zu wahren. Und das widerspricht aber der Menschlichkeit, die eigentlich die Leidmaximierung ist. Ist das so, Herr Außenminister? Greifen wir nur dort an, wo wir selbst betroffen sind? Also ich glaube, worum geht es in der... Oder gibt es da so absolute Werte wie Menschenrechtsverletzungen oder bestimmte Werte, die man verfolgt bei solchen Interventionen? In der Außenpolitik gibt es beides. Es gibt Interessen und es gibt Werthaltungen. Die Europäische Union ist weltweit der Kontinent, der am meisten im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit tut. Es ist weltweit der Kontinent, der sicherlich am meisten eintritt für die Achtung der Menschenrechte, auch der Menschenwürde. Insofern, ja, in der Außenpolitik geht es um beides, um Werte und um Interessen. Und beides ist unter einen Hut zu bringen. Und was Krisenherde betrifft, ist meistens auch die Wertehaltung nahe der Interessenslage der Europäischen Union. Denn keiner hat ein Interesse daran, dass irgendwo Menschen abgeschlachtet werden, dass es Unsicherheit gibt, dass Flüchtlinge nach Europa strömen. Also hier sind Wertehaltungen und Interessen sehr eng beisammen. Aber warum greift man in bestimmten Ländern schneller ein und in anderen dann überhaupt nicht? Vielleicht kann der Herr Außenminister Schwarzenberg auch was dazu sagen. Aber meine Erfahrung ist, dass es ja durchaus viele Interventionen in den letzten Jahren gegeben hat, vor allem auch der Amerikaner, die doch sehr kritisch gesehen worden sind. Präsident Bush hat immer gesprochen vom Krieg gegen den Terror. Ich kann mich noch erinnern, dass er in der gesamten Europäischen Union und auch in Österreich extrem kritisch gesehen worden ist. Jetzt hören wir, warum geht nicht Europa schon wesentlich früher mit Waffengewalt gegen diese Personen vor? Also ich glaube, man darf es sich auch nicht zu leicht machen. Wir haben eine Publikumsfrage dazu und ich glaube, damit haben wir auch einen Themenwechsel, wenn ich das richtig sehe. Katharina Gomeniuk kommt aus der Ukraine und Sie wollen wahrscheinlich zur Ukraine und zu den Sanktionen dort etwas fragen, bitte. Ja, Katharina Gomeniuk, Verein, demokratische Ukraine. Ich habe eine Frage über österreichische Energie. Während der Zeit, wenn die ganze Welt über die Entwicklung der enormen Energie arbeitet, schließt Österreich ganz in Eile einen Vertrag über South Stream mit Gazprom, ein Hauptsponsor Kremls. Und während der Zeit, wenn Herr Putin einen Teil des Nachbarlands annonciert, schickt dort Soldaten, Waffen, empfängt man hier in Wien mit Militärehren. Wie soll man das verstehen? Hat Österreich so einen Gasbedarf oder will Österreich so eine Neutralität zeigen? Also da sind wir auch bei der Frage interessensgeleitete Außenpolitik jetzt gegenüber Russland. Wie positioniert sich Österreich in diesem Konflikt Russland-Ukraine? Was ist da unser Weg? Also unsere Position, was die Schuldfrage betrifft, ist ganz klar. Wir haben genauso wie alle anderen Länder der Europäischen Union von Anfang an das russische Verhalten klar verurteilt. Die Annexion der Krim ist eine klare Völkerrechtsverletzung und die Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine macht die Situation jetzt noch schlimmer, als sie schon vor einigen Monaten war. Das heißt, die Schuldfrage ist ganz klar. Russland verletzt hier massiv Völkerrecht und daher hat Österreich, der Bundeskanzler Werner Faymann, aber auch ich als Außenminister, da hat Österreich stets in den europäischen Sitzungen die Sanktionen mitgetragen und die Staats- und Regierungschefs haben zu Beginn der Krise einen Drei-Stufen-Plan beschlossen. Mittlerweile sind wir auf der dritten oder fast auf der dritten Sanktionsstufe angelangt und da gibt es Gott sei Dank, und das ist nicht immer einfach, eine einheitliche Linie der Europäischen Union. Wobei, Herr Außenminister, die Frage war, warum macht Österreich dann zugleich einen Staatsbesuch für Putin, empfängt ihn groß? Ich wollte das gerade beantworten. Bundespräsident Fischer hat sich entschieden, Putin auch in dieser Krisenphase zu empfangen. Nicht zu einem offiziellen Staatsbesuch, sondern zu einem Arbeitsgespräch, bei dem er ja dem Präsidenten Putin auch ganz klar die Meinung ist. Um diesen Pakt zu unterzeichnen. Nein, nicht um diesen Pakt zu unterzeichnen, der ist weder von dem Bundespräsidenten Fischer noch von irgendeinem anderen österreichischen Politiker unterzeichnet worden. Aber von einem staatsnahen Unternehmen, sagen wir mal, die UNV ist ja jetzt nicht ganz weit weg von der Regierung. Der Bundespräsident hat sich dazu entschlossen, diesen Besuch durchzuführen, ganz bewusst auch, um die Möglichkeit wahrzunehmen, dem Präsidenten Putin die Meinung zu sagen. Und da komme ich zur österreichischen Position in diesem Konflikt. Ja, wir sehen die Notwendigkeit von Sanktionen. Ja, wir sehen die Notwendigkeit, das russische Verhalten klar zu sanktionieren und auch klar zu verurteilen. Wir sind aber trotzdem der Meinung, dass es Sinn macht, auch gerade in Konfliktsituationen Gesprächsbasis zu behalten und zu versuchen, im Dialog auch Lösungen zu suchen. Ich würde da gerne Herrn Schwarzenberg dazu fragen. Und das ist der Grund, warum wir auch eine Konferenz in Wien organisiert haben, die zum Beispiel zum ersten Zusammentreffen des ukrainischen und des russischen Außenministers vor einigen Monaten geführt hat. Herr Schwarzenberg, als ehemals tschechischer Außenminister haben Sie Ihre langen Erfahrungen im Umgang mit Russland, Putin zu einem Staatsbesuch zu empfangen. In Österreich in so einer Situation, finden Sie, das ist die richtige Strategie, diese Dialogstrategie, die Österreicher erinnert? Österreich ist ein neutrales Land, das in diesem Bezug eine etwas Sonderstellung hat. Österreich hat sehr intensive wirtschaftliche Beziehungen mit Russland, die hier auch bestimmend waren. Das ist österreichische Politik. Ich will mich als ehemaliger Außenminister des Nachbarlandes nicht näher dazu äußern. Was ich aber gerne hätte, wenn man auch mit eindeutigen Worten sprechen würde, was derzeit sich abspielt, ist jetzt schon die blutige Phase eines länger andauernden Krieges, das die russische Föderation mit der Ukraine führt. Sie hat angefangen schon vor etlichen Jahren mit einem Wirtschaftskrieg, wo diverse Maßnahmen, die sprunghafte Erhöhung, Absenkung der Energiepreise, Sperrenlieferungen und so weiter, was auch eine solidere Wirtschaft, das die ukrainische, die Ukrainer gebracht hat. Interventionen diverse, das Geheimnis sind. Und jetzt also eine ausgesprochene Krieg. Zuerst Okkupation bei der Krim, was ein Teil der Ukraine ist, jetzt auch Invasion mit Panzern und mit russischen Soldaten. Hier wird immer von Separatisten gesprochen. Ja, es gibt es auch diese, aber was die Kriegshandlungen entscheidend beeinflusst, sind reguläre Truppen. Ob sie Abzeichen haben oder nicht, ist nicht interessant. Fühlen Sie sich da erinnert an die Zeit des Kalten Krieges? Nein, es erinnert mich mehr an die Jahre 1938, 1939. Es ist kein kalter Krieg, es ist ein heißer Krieg. Und das ist es. Das heißt, passend auch, weil ja vor 75 Jahren der Zweite Weltkrieg gestartet wurde? Ja sicher, das war, weil man nachgegeben hat, weil man hingenommen hat. Na ja, sie sprechen eh deutsch, so wie bei der Krim, sie sprechen eh russisch, hat man den Anschluss schweigend hingenommen. Dann bei München, die berühmte Äußerung Chamberlain, a far away country we know little about. Auch diese Äußerung, was geht uns diese Konflikte weit in der Ukraine, wo wir uns nicht auskennen. Und so schreitet das fast nach demselben Muster fort. Das heißt, Sie sagen, das Zusehen des Westens gegenüber Putin vergleichen Sie direkt mit dem Zusehen dessen, was Hitler gemacht hat? Das Verhalten ist ähnlich. Die Personen sind unterschiedlich. Während Hitler ein Hysteriker war und ein Halbgewildeter ist Putin, ein eiskalt überlegender Schüler der Felix Edmundowitsch-Dzerzhinsky-Akademie des sowjetischen Geheimdienstes. Das ist so ungefähr, wie wenn jemand in Deutschland seinerzeit in einer Akademie des Heiligen Himmler arbeitete. Dzerzhinsky war einer der größten Massenmörder, die es in der russischen Geschichte gegeben hat. Die Akademie heißt heute nach ihm. Und Putin bekennt sich stolz als ihr Schüler und Student. Ja bitte, was erwarten wir denn? Wir müssen die Leute nehmen, wie sie sind, nicht wie wir uns vorstellen. Oder uns wünschen würden. Und Sie sind, also was ist Putin für Sie? Er ist ein hochbegabter Geheimdienstmann, der in die Politik die Ideen und die Methoden des sowjetischen Geheimdienstes eingeführt hat. Frau Scholl, Sie kennen ja Russland sehr, sehr gut. Sie haben lange in Moskau gelebt. Wie geht man um mit so einem starken Mann wie Putin als Westen? Also ich glaube, dass es eine Parallele gibt, dass Putin zwar ein im KGB ausgebildeter und mit diesen Methoden großgewordener Mann ist, dass er aber durchaus auch hysterisch reagiert. Das heißt, Sie sehen auch eine Parallele, Putin und Hitler? Ja, leider. Nein, Putin-Hitler ist natürlich eine blöde Parallele, das ist eh klar. Aber die Reaktion der Annexion der Krim auf die Tatsache, dass man ihm zum zweiten Mal seinen Mann in der Ukraine abgesetzt hat, war schon die Reaktion eines beleidigten kleinen Kindes, dem man sozusagen sein Spielzeug weggenommen hat. Was jetzt im Zug dessen weiter passiert, ist, glaube ich, langsam jeder Kontrolle entzogen. Ich gebe Ihnen recht, er ist ein KGB-Mann, er ist im Geheimdienst groß geworden und er ist mit den Methoden des Geheimdienstes groß geworden. Was ihm fehlt, ist der ideologische Überbau und das ist eines der Probleme. Er hat auch deshalb niemanden, der ihm Grenzen setzen kann, weil zum Beispiel, und da bin ich wieder leider bei der österreichischen Politik, man kann nicht trennen die Außenpolitik von der Wirtschaftspolitik. Und wenn wir am Höhepunkt dieser Krise in der Ukraine und nach der Annexion der Krim unsere Wirtschaftsleute nach Moskau fahren und dort einen neuen Vertrag über Gaslieferungen unterschreiben, dann ist das ein Signal, dass in Moskau auch natürlich falsch aufgenommen wird oder vielleicht sogar sehr richtig aufgenommen wird. Das ist ein Signal der Annäherung, meinen Sie? Nein, es wird aufgenommen als, ja, wir kritisieren euch zwar für das, was ihr macht, aber im Großen und Ganzen wollen wir euer Gas haben und der Rest ist uns wurscht. Und wir wissen alle... Da brauchen wir jetzt eine Antwort drauf, Frau Scholl. Was sagen Sie denn zu dem Vorwurf? Der Rest ist uns wurscht. Dass man schon beachten sollte, dass das kein Vertrag Österreich-Russland ist, der nur zwei Länder betrifft, sondern dass das erstens einmal ein privatwirtschaftlich agierendes Unternehmen ist und zum Zweiten eine Lieferroute für Gas, die mehrere Länder betrifft und die in der Europäischen Union von vielen Ländern unterstützt wird. Wir haben die Situation, dass wir uns zu Beginn der Krise in der Europäischen Union zwei Dinge geschworen haben. Zum einen, wir müssen unabhängiger werden von der russischen Gasenergiequelle, das heißt, es braucht mehrere Energiequellen und zum Zweiten, wir brauchen mehrere Energierouten, um unabhängiger von einzelnen Routen zu sein. Denn South Stream löst nicht das erste Problem, es ist nach wie vor russische Energie, aber es ist eine neue Energieroute. Und insofern denke ich nichts Negatives. Aber Herr Außenminister, gehen wir vielleicht an... Aber ich würde gerne eine Stufe, Frau Scholl, ich würde gerne eine Stufe ins Allgemeinere gehen. Wir haben, wir haben es gerade gehört, also das ist ja eingebettet in einen großen historischen Kontext, Österreich war da immer neutral. Da hat es einen Block gegeben und den anderen Block und Österreich in der Mitte, das sich rausgehalten hat. Jetzt haben wir wieder so eine totale Verschärfung zwischen Westen und Russland, die NATO will Truppen zusammenziehen, das wird vom Krieg gesprochen. Aber jetzt ist Österreich Mitglied der Europäischen Union, also wir haben eine ganz, ganz andere Position. Wie ist denn Ihre Vision dafür, wie Österreich sich da positionieren soll? Wieder ganz raushalten oder stehen wir jetzt auf einer Seite? Nein, also man muss wissen, was Neutralität ist. Neutralität heißt, dass wir uns in keinen militärischen Konflikt einmischen, dass wir keine Waffen liefern, dass wir keine Überflüge in einem Kriegsfall genehmigen, aber das heißt nicht, dass man keine Meinung haben kann und das heißt nicht, dass man nicht wissen kann, wer eine Völkerrechtsverletzung begeht. Also unsere Rolle ist ganz klar, wir wissen, wo die Schuld liegt, in diesem Fall bei Russland, die begehen eine klare Völkerrechtsverletzung. Wir tragen die Sanktionen der Europäischen Union voll und ganz mit, aber wir sehen es als unsere Aufgabe, als neutrales Land, immer wieder zu versuchen, Brückenbauer zu sein und Gesprächskanäle zu eröffnen. Das haben wir mit der Konferenz getan, die wir im Frühling in Wien stattfinden haben lassen und das versuchen wir durch viele andere Anläufe. Auch die Iran-Atomverhandlungen finden in Wien statt. Das ist die Aufgabe eines neutralen Landes und dieser Rolle wollen wir auch in diesem Konflikt gerecht werden. Ich glaube, es gibt ohnehin genug, die zuspitzen und darauf warten, dass hier die zwei Weltmächte aufeinander krachen. Weil wenn man das ernst nimmt, was Herr Schwarzenberg gesagt hat, diesen Vergleich mit 1938-39, dann ist das vielleicht eine schwierige Strategie. Aber wir haben eine Publikumsfrage. Darf ich noch eine Frage stellen? Was wäre die Alternative gewesen? Ich weiß nicht, wer da herinnen der Meinung ist, dass es richtig gewesen wäre, wenn Europa militärisch eingestiegen wäre in den Konflikt. Ich würde es für falsch erachten. Was wäre denn die Alternative gewesen, Herr Schwarzenberg? Ich glaube, es wäre falsch. In der Zeitalter der Kernwaffen muss man jeglichen militärischen Konflikt vermeiden. Eben, weil Putin hat ja einen roten Knopf. Aber es gibt Diskussionsbeiträge, die interessant sind, dass man mit den sogenannten Sanktionen vom Anfang an die Schäfer hätte vorgehen lassen. Man hat es gemacht, so nach dem Muster Iran. Nur, das ist nicht zu vergleichen. Die Entwicklung der iranischen eventuellen Kernwaffen oder Raketen war ein Programm, das noch Jahre und Jahrzehnte vor sich hatte, bevor es komplett ist. Da konnte man die Maßnahmen steigern. Eine Invasion passiert jetzt im Moment, und da muss man mit aller Hilfe sofort reagieren. Und Europa hat zaghaft angefangen. Er so, na, 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 das tut man doch nicht. Und heute noch gibt es europäische Politiker, die sagen, na ja, die Okkupation, das Kript, die ist schon passiert, die muss man hinnehmen. Aber jetzt müssen wir nur verhindern, dass er noch weiter sich anfrisst. Nein, man hätte mit aller Härte sofort die schärften Maßnahmen ergreifen sollen. So begreiflicherweise ist Wladimir Wladimirovich zur Erkenntnis gekommen, so erst brauche ich die zu nehmen, die man schon nachgeben. Ich muss nur genügend aushalten. Ich muss jetzt, und da ist ein Hazard steigern, den Einsatz, und die werden vorzeitig aufgeben. Jemand hat mir gesagt, wieso macht er das? Es schadet ja wirtschaftlich Russland. Das ist sicherlich richtig. Nur wie gesagt, man muss wissen, Schulen brauchen eine gewisse Mentalität. Und es ist ein Unterschied, ob ich die London School of Economics gemacht habe, die Harvard Building School, oder ob ich die Felix Edmundowicz-Jazzynski-Akademie absolviert habe. Es ist ein anderes Denken, das in Machtkategorien einen erzieht, und unter Einsatz aller Mittel einem beigebracht wird. Das ist etwas anderes. Diese Leute denken anders. Herzlichen Dank. Wir haben da einige Fragen jetzt dazu. Wir machen das gleich nach einer kurzen Pause. Wir kommen gleich zurück. Bleiben Sie dran. Wir diskutieren gleich weiter bei Pro und Contra. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir diskutieren gerade heiß über den Krieg in der Ukraine, der inzwischen kein kalter mehr ist, sondern ein heißer. Und ich habe ja schon eine Publikumsfrage an Außenminister Sebastian Kurz. Bitte sehr. Meine Frage wäre in etwa folgende. Ich will es ganz kurz machen. Ich nehme zur Kenntnis, dass auch hier wahrscheinlich ziemlich starke Russland-Phobie herrscht, besonders Putin-Phobie. Es ist absurd, meine ich, Putin irgendwie mit Hitler zu vergleichen. Aber ich bringe meine Frage ganz kurz auf den Punkt. Es ist Faktum, dass die Krim jahrhundertelang bei Russland war, dann ungefähr etwas mehr als 20 Jahre von Russland abgetrennt war und jetzt wieder bei Russland dabei ist. Und dass dies der Mehrheit der Bevölkerung dem Wunsch der Bevölkerung entspricht. Ich rede jetzt nicht von Prozentzahlen, die es da gegeben hat, aber die Mehrzahl der Bevölkerung ist dafür, wieder bei Russland dabei zu sein. Und man nennt das eine Annexion. Ich kann das absolut so nicht sehen und nicht so bezeichnen. Also Ihre Frage ist, warum man sich dann darum, warum man da dagegen eintrifft, wahrscheinlich? Nein, 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 nicht nur. Man hat damit dann begonnen, diese Sanktionen zu verhängen. In einem anderen Fall, als der Herr Busch ohne UNO-Mandat und ohne wirkliche Gründe, es waren konstruierte Gründe, den Irak überfallen hat, wo es zigtausende Tote gegeben hat. Ich frage mich, welche Sanktionen hat die Europäische Union damals gestartet? Aber bleiben wir beim Umgang mit Russland. Also das ist eine Meinung, glaube ich, die in der österreichischen Bevölkerung breit vertreten ist. Warum mischt man sich da überhaupt ein, wenn die ohnehin zu Russland wollen? Also zum einen möchte ich Ihnen recht geben. Den Vergleich Putin-Hitler, davon halte ich auch nichts. Und zum Zweiten, da bin ich anderer Meinung. Was die Annexion der Krim betrifft, ich glaube, es ist legitim, dass eine Region unabhängig werden möchte. Das haben wir in vielen Teilen Europas auch immer wieder. Es ist sogar legitim, dass eine Region vielleicht anstrebt, Teil eines anderen Landes zu werden. Aber in diesem Fall, und da muss man schon die Propaganda von der Wahrheit unterscheiden, gab es russische Soldaten auf der Krim. Es gab schwer bewaffnete Männer mit Maschinengewehren, die diese Volksbefragung, Volksabstimmung, wenn man sie überhaupt so nennen darf, überwacht haben. Es gab keine internationalen Beobachter. Alle, die etwas mitbekommen haben, haben gesagt, dass das überhaupt nicht normalen Standards entsprochen hat. Und die Krim-Tatan und andere Minderheiten sind massiv eingeschüchtert worden. Also eine Volksabstimmung über die Loslösung der Ukraine, auch wenn das verfassungsrechtlich nicht möglich ist in der Ukraine, das ist etwas, über das kann man in einer ruhigen Phase vielleicht diskutieren. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt mit den Rahmenbedingungen, mit den Soldaten, mit Maschinengewehren auf der Krim, das ist meiner Meinung nach nicht in Ordnung und da darf auch Europa nicht wegsehen. Frau Scholle, ich glaube, Ihnen ist da Putin-Phobie vorgeworfen worden. Kurz, wenn man lange in dem Land gelebt hat und die betreffende Person auch aus der Nähe gesehen hat und sieht, wie er agiert, dann kann man das auch sagen. Und das hat nichts mit Phobie zu tun. Es hat auch nichts mit Russland-Hass zu tun, was mir auch immer vorgeworfen wird. Ich liebe Russland, ich bin immer sehr oft dort, ich habe sehr viele Freunde dort und ich leide mit den Leuten in Russland, die unter diesem Regime, das jetzt herrscht, einfach furchtbar leiden und auch furchtbar betroffen sind davon. Einen Einwurf gibt es hier noch? Ich glaube, das ist ein genau richtiges Beispiel dafür, für das, was wir vorher angesprochen haben, nämlich wenn wir an dem Punkt angelangen, wo Moralvorstellungen eben clashen mit den Interessen. Also es ist ein Paradebeispiel, finde ich, was wir da gerade in der EU sehen. Wir haben gerade gehört, warum keine Sanktionen gegen den Irak. Ich bin vollkommen Ihrer Meinung, weil Sie gesagt haben, wenn Sanktionen, dann richtig. Aber wir haben uns eben zurückgenommen, weil wir gesagt haben, na, wenn es da Sanktionen gibt, wir sind ja wirtschaftlich abhängig von Russland. Russland weiß, dass wir wirtschaftlich abhängig sind von denen. Und genau deswegen erlauben Sie sich mal, was Sie wollen. Aber eine andere Frage, weil wir sagen, wir müssen Tatsachen von Propaganda trennen, weil ich da jetzt gerade Putin-Phobie gehört habe. Teilweise muss ich dem fast zustimmen, weil wenn ich jetzt irgendjemandem im Publikum frage oder allgemein meine Freunde und ich sage jetzt, vergib bitte an Putin oder vergib an Russland Sympathiepunkte von 1 bis 10, dann wird minus 5 als Antwort wahrscheinlich herauskommen, weil medial einfach Russland immer in die eine Ecke gesteckt wird. Und es ist ständiges Bombardement auf Russland, möchte ich fast sagen. Sie haben das zuerst angesprochen, Herr Schwarzenberg. Das ist ja auch ein Propagandakrieg, der da abläuft. Aber selbstverständlich. Ich meine, insbesondere schon um den Fall Krim. Ich gebe nur ein kleines Beispiel. Ich würde behaupten, es war im Russisch Blödsinn. Es war ein unabhängiges Kramat unter der Souveränität der Pforte bis 1785, bis Potemkin, der dafür Knaz Tavritschewski, befördert wurde, weil Liebhaber Katharina der Großen es erobert hat. Und dann gehörte es zum Zarenreich, wo es keinen Unterschied zwischen Ukraine und Russischen und Weißrussischen, Tatarischen und sonstigen Gebieten gegeben hat. Dann brachte die Russische Revolution aus. Herr Schwarzenberg, das kann man nicht in allem Detail jetzt besprechen. Nein, 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 aber nur damit, wenn ich von den Lügen sprechen will, dann muss ich sie darstellen. Ja, das heißt da, also da... Wurde die Ukraine unabhängig, dann gehörte, das ist richtig, von den 20er Jahren bis in die 50er Jahre es zu Russland, dann genau die gleiche Zeit zur Ukraine. Immerhin um 60 Jahre müssen wir anerkennen. Erstens, und die ursprüngliche Bevölkerung waren die Tartaren, die wurden dort von Stalin abgeführt. Ich kenne die tartarische Minderheit, ich habe sie sogar besucht. Und stattdessen wurde die Krim bevölkert, weniger mit Russen, sondern was ich nenne, wie die Sowjetmenschen. Das heißt, Angehörige, Pensionierte und so weiter, der Streitkräfte, des Geheimdienstes und der Polizei. Deswegen, wenn man die Ereignisse verfolgt hat vor drei Monaten um die Krim, waren nicht nur russische Flaggen, sondern vor allem auch alte sowjetische Flaggen erschienen. Weil diese neue Bevölkerung, Krim, Stadten, Tartaren dort angesiedelt wurden, waren vor allem sowjetbewusste Sowjetbürger. Das ist eine Löffel. Also ein Beispiel für den Propagandakrieg. Wir haben jetzt noch zwei Fragen im Publikum hier in der ersten Reihe. Herr Seller von Kehr. Wenn ich nochmal an den Herrn Außenminister mich wenden darf. Letztes Jahr haben Hilfsorganisationen 150 Mitarbeiter ungefähr verloren in diesen Krisengebieten. Ungefähr die gleiche Größe ist entführt worden. Sie haben angesprochen den Auslandskatastrophenfonds. Wir sind das zweitreichste Land Europas pro Kopfeinkommen. Gleichzeitig versprochen lange, dass der auch von 5 auf 20 Millionen erhöht wurde. Er ist nicht dort hingekommen worden. Entwicklungszusammenarbeit um 17 Millionen sogar gekürzt. Ich frage mich da schon, wir haben gerade ein Team vor Ort im Nordirak, das sich das anschaut. 100.000 Familien. Der Winter kommt jetzt auf uns zu. Sie haben gesagt, eine Million wurde gegeben. Der Fonds ist fast leer. Da frage ich mich schon, wo ist die Proportionalität? Ich weiß, Sie haben sich selbst eingesetzt. Also gibt es eine Chance, Herr Außenminister, dass dieser Fonds erhöht wird? Aber sind wir da wirklich noch ein Player? Und da hätte ich doch gerne Ihre Antwort darauf. Also sind wir ein Player, würde ich sagen, ja. Tun wir genug oder könnten wir mehr tun? Ja, wir könnten mehr tun und es wäre gut. Ich bin als zuständiger Minister natürlich der Meinung, dass es gut wäre, wenn der Auslandskatastrophenfonds nicht mit 5, sondern mit 20 Millionen Euro dotiert wäre. Er ist es leider Gottes nicht. Es steht im Regierungsprogramm. Es ist aufgrund der Budgetnot derzeit nicht möglich gewesen. Ich hoffe, dass wir die Möglichkeit noch bekommen in dieser Legislaturperiode. Denn wir hätten Verwendung für das Geld. Was die Entwicklungszusammenarbeitsgelder betrifft, muss ich ein Stück weit widersprechen. Im Jahr 2014 sind sie gleich geblieben. Gott sei Dank. Wir mussten hier keine Kürzungen hinnehmen, was das Jahr 2015 betrifft. Gibt es im Budgetvoranschlag Kürzungen? Das ist richtig. In dem Bereich, für den ich zuständig bin. Was wir aus den letzten Jahren gelernt haben, sind wir im Vollzug immer deutlich besser. Das heißt, ich hoffe, dass wir auch im Jahr 2015 ohne Kürzungen am Ende des Tages zurechtkommen werden. Keine ambitionierte Vision, aber besser als Kürzungen. Leider Gottes auch in Zusammenhang mit den budgetären Rahmenbedingungen, die wir derzeit in Österreich haben. Wir haben hier noch eine Frage, hier in der ersten Reihe. Ein anderer Krisenherd, der auch im Sommer jetzt stattgefunden hat, war die Gaza-Krise. Der Krieg in Gaza und in Israel. Und den hat man auch hier in Europa zu spüren bekommen. Juden wurden Opfer antisemitischer Übergriffe. In London und in Paris wurden jüdische Geschäfte angezündet. Auch in Österreich gab es Übergriffe. Ich habe einen Bekannten, der verprügelt wurde auf der Straße, der eigentlich nur aufgrund seiner jüdischen Kopfbedeckung, der Kippa, als Jude ersichtlich war und eigentlich nichts mit Israel zu tun hat. Und das Ganze nach 75 Jahren, wo es in Österreich und in Europa die Schoah gab, da stellt man sich die Frage, ob es für uns Juden in Europa überhaupt noch Platz gibt. Eine kurze Antwort auf das Abschlussstatement, bitte. Definitiv. Die jüdische Gemeinde ist ein ganz wesentlicher Bestandteil Österreichs. Und gerade aufgrund unserer historischen Verantwortung müssen wir auch ganz klar gegen jede Form von Antisemitismus in Österreich vorgehen. Und ich glaube, ganz entscheidend, und das ist wirklich ein Appell an alle, ist, dass wir uns trotz all dieser Krisenherde, die es derzeit auf der Welt gibt, diese Konflikte nicht nach Österreich hereinholen. Es kann nicht sein, dass Konflikte zwischen Juden und Moslems in Österreich ausgetragen werden, dass Muslime verurteilt werden, weil andere Muslime anderswo auf der Welt für die IS kämpfen. Das heißt, ich glaube, das friedliche Zusammenleben, das wir in Österreich unter den Religionsgemeinschaften haben, das ist ganz, ganz entscheidend. Das muss aufrechterhalten werden, auch wenn es leider Gottes viele internationale Krisenherde gibt, die wir uns alle nicht gewünscht haben. Herzlichen Dank, Herr Außenminister. Das war also auch ein Schlussstatement für die Visionen, die wir haben für Österreichs Stellung in der Welt. Nächste Woche sprechen wir über die Visionen für die Innenpolitik. Nächste Woche 22.35 Uhr mit einem Pro und Contra Spezial mit Bundeskanzler Werner Faymann. Ich hoffe, Sie sind da wieder dabei und wünsche Ihnen einstweilen eine gute Nacht.